Und jetzt hopp's. Seid doch ein Lackaffen. Wow, yo ihr Pferde nerds. Ich habe jetzt hier ein Pony zu stehen. Ja, es hat nichts an. Es wird gleich noch weniger. Nackig. Weil wir haben auf Twitter von der lieben Psy eine Challenge gelesen. Ich glaube es war eigentlich nur so ein Gedanke, ob das geht. Aber wir machen jetzt einfach eine Challenge draus. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr mitmachen. Und dabei noch ein extra Los für das Gewinnspiel kriegen. Und zwar geht es hier um folgendes. Auf einem Pferd, was komplett gar nichts drauf hat. Etwa 20 Meter im Schritt zu irgendeiner Pylone reiten und da anhalten. Ob das geht. Sie hat explizit nochmal gesagt, es geht ihr nicht ums Aufsteigen. Sondern nur um, kommt man da hin. Und wir dachten, wir probieren das jetzt einfach mal mit ihr Toni aus. Und wünschen euch viel Spaß dabei. Wir haben hier das vierte Türchen. Wer das mit dem Adventskalender irgendwie noch verpasst hat, der kann hier gerne beim ersten Türchen anfangen. Denn es gibt auch was cooles zu gewinnen. Also dann wünschen wir viel Glück. Was machst du dir jetzt ab? Du musst den unsichtbaren Hälfter, äh das Bluetooth-Hälfter dann drauf machen. Das Bluetooth-Hälfter? Ja. du hast keine Wahl, würde ich sagen. Sie sagt so, was machst du? Mach doch jetzt mal. Aber die Outtakes werden grandios. Versuch der zu dem gelben Ziegel ohne Stich. Du bist eine Ziege. Was bist du? Das gibt es ja gar nicht. Was bist du? Eine. Fein, gut gemacht. Ok Maus. Ja, da sitzt jemand. Du bist ja gemein. Aber sobald du den Strick nur in der Hand hast, heißt ich so, ok, alles gut. Oh, Fräulein. Haha, Madame. Ok, warte, ich benutze meine Nase. So, Fräulein. Kann doch nicht sein. Ja, da will ich eigentlich gerne ein bisschen gehen. Cool. Kommen wir wieder zurück zu der? Haha. Das ist okay. Was? Was? Haha. Ich kann nicht irgendwann. Immer rumgehen. Ja, 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 ja. Komm schon. Hallo. Das muss ja noch gehen, sag mal. Ich würd's... Also, die ist so schlau... Die ist schlauer als ihr gut tut, weißt du was ich mein? Das geht! Oh mein Gott, ich habe es gesehen. Das geht! Okay, okay, okay. Entschuldigung, das ist geil. Von wegen hier mit dem Schenkellenlenken, vergiss es! Ja, jetzt wisst ihr es, die Beine gehören auch wie Schulterblätter vorne drauf. Weißt du, woran das liegt? Weil wir so über Rupfschillern auch nicht werden. Das ist voll geil! Gut! Sieh mal! Und wo? Ich bin damit sehr happy, okay? Dafür, dass wir das noch nie gemacht haben. Ich werde eine Halbring reiten, easy. Aber so komplett oder alles ist dann schon ein bisschen spannender. Man muss ein bisschen kreativer werden, würde ich jetzt mal sagen. Aber Max muss das auch noch probieren. Und ihr auf jeden Fall auch. Also ihr könnt gerne einfach unter dem Hashtag Zeit-Challenge. Auf Instagram zum Beispiel oder auf YouTube gerne ein Video dazu hochladen. Mal sehen, wie viele das hinkriegen. Ich bin gespannt. Ich muss das unbedingt auch noch mit den anderen Pferden probieren, glaube ich. Soll ich es noch mit den anderen Pferden probieren? Dann schreibt es jetzt in die Kommentare rein. Okay, gut. Das beruhigt mich. Sieh so, nein? Nein, das machen sie nicht. So, die Rand. Ja, super. Das ist richtig. Okay. Jetzt weiß sie ja, worum es geht. Aber sie kennt doch ein paar mehr Kniffe. Warte. Wir reiten das mal so. Nein. Boah. Fuck. Huch. Sieh so, spinnen? Rollback? Können wir machen. Oder mal? So? Keine Ahnung. Sieh so, nee, ich mag nicht mehr. Wirklich, ne? Hiiii. Ja. Aber sieh ist so, ich will nicht nach links. Geh mal da lang. Wir haben halt keinen Zaun, ne? Also... Ja, oder? Die ist schön. Das ist definitiv ein bisschen Special-Challenge, wenn wir halt einfach keinen Zaun haben. So, aber jetzt aber ohne, bitte. Ja, genau, das hätte ich dann auch gewonnen, einfach so komplett umgedreht. Die Gassenweiß ist okay, oder was? Ja, nach rechts ist okay, nach links findest du grad blöd. Ja, das ist ein bisschen festhalten. Target geht's. Klasse, Supermaus. Wein. Oh! Na toll! Du musst da eins draufsetzen, ne? Ne, ich wollte mal probieren, weil es das eben angeboten hat. Ja. So, ich dreh mich lieber im Kreis. Ja, ja, ja. Ja, schön. Was alles so geht, wenn man ein bisschen übt, ne? Dankeschön. Ich bin so begeistert. Komm, wir machen jetzt noch was Schönes. Ja, komm, wir gehen. Jo. So, das war unser Versuch auf jeden Fall. Jodi ist ein bisschen genervt von uns, muss ich zugeben. Wir machen jetzt noch was Cooles. Für sie geht's noch ein bisschen entspannt weiter. Macht auf jeden Fall gerne mit bei dieser Challenge. Ich find's super lustig und auch eine coole Überprüfung. So, okay, was geht eigentlich, wenn ich wirklich gar nichts mehr am Pferd habe? Und wir werden das auf jeden Fall noch ein paar Mal üben, oder? Ja. Ja. Also dann schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr es ausprobiert habt. Könnt mir gerne Insta mich verlinken auch drauf und so weiter. Bin gespannt, wer es sonst noch so schafft. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Türchen. Ciao, ciao! Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020